Wir haben hier mächtig aufgeräumt. Gut, dass ich einen Zwischenstopp beim Bergantor gemacht habe. Wie das hier aussieht, alles zugefroren. Wir haben hier mächtig gewütet. Was heißt hier, wir? Ah, facken Würmchen. Holzfäller-Axt. Horkerfleisch. Wir haben aber noch keine Horkers gesehen! Ist hier unten noch irgendwas? Einen kleinen Seelenstein. Ja, du hast schon wieder das mit der Seelenfalle vergessen. Aber hey, was soll's. Ihr habt eine wichtige Priorität, nur zwar zu überleben. Na Lydia! Ach, Bogen. Yay! Mit dem Bogen kann ich mich dauerhaft rollen. Das liebe ich so sehr. Ist es echt gut, Magna? Das kann nicht sein. Das kann doch nichts sein. Aber anscheinend ist es so. Pulverisiertes Mammutstoßzahn. Uh. Leeres Fass. Stahlpfeile. Ach schau, das Gefall kann ich nicht mitnehmen. Das kann echt mitgenommen werden. Rockereintopf. Weil die Dinger ja so gut schmecken. Guck mal. Hier ist noch irgendwer jemand. Das mag ich nicht für gut verheißen. Kreuzkönigin! Bring mir was bei. Nein, möchtest du nicht. Möchte der Bär mir von Markerwesen etwas beibringen. Auch nicht. Schwarze Pfeil? Alles nichts. Jemand möchte mir was beibringen. Rund um Erz. Aber leise ein Erzschiff, ne? Sonst werden wir noch gehört. Särke! Hier huschen doch etwa keine Vampire herum. Was ein bisschen sinnfrei ist. Weil hier waren ja auch Feueratronache. Ach Lydia, machst du schon wieder alles kaputt? Stahlmaschinen der großen Schmiedekunst. Uh, Schlossknacken! Sehr schön! Kana für Zauberer? Kerzen, die für irgendwelche Rituelle benutzt werden. Ach komm, ja. Nimm das Futter mit. Der Mond von Lorcan. Änderung! Piratenkönig des Akribischmeeres. Oder irgendeinem anderen Meer. Piraten! Immer diese Piraten! Ist das zu fassen? Nein, es ist nicht zu fassen. Dü, 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 dü. Falscher Zauberer, die 7. Schickern die 7! Yay! So, da vorne bist du! Was für ein schönes Gift geb' ich dir denn? Was? Stahldolch! Was soll ich mit einem Stahldolch? Ich hab doch mein ultrakrasses Elfenschwert. Ein bisschen höher. Ein bisschen niedriger. Äh, Veränderungszeug. Ja, Veränderungszeug. Ein Traum von Shio Gorat. Ach, jetzt träumt man auch noch von diesem Kerl. Nicht wie du aussiehst. Ich hab den Fall durchs Kinn geschossen! Das ist interessant. Sehr interessant sogar. Durchs Kinn. Und... ... 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 Wo ist der Tiger? Flieh mal ein bisschen! Kiesel, befreit dich doch nicht auf Ihrem Gefängnis! Lass Kiesel in Ruhe! Ja, kaum ist Kiesel in Gefahr, schon ist Chicken in Höchstform. Alles in Ordnung, Kiesel. Jetzt brauchst du mir jetzt nicht deinen Hintern zu zeigen! Ach, Kiesel. Ausdauer wieder herstellen, ja. Hoppulihopp! Auf da! Äh... Was ist diese eine Ruine? Äh... Da ist ein Mammut... Ein Riesenlager... Ne, das ist nicht die Miene, die ich suche. Ne, da wollte ich eigentlich auf dem Rückweg vorbeischneiden. Sorry, Kiesel! Sorry! Oh... Alle Wölfe... ... sind eigentlich was immer ganz anderem hier. Doch nicht weg! Durch Kiesel durch! Wäre in dieses riesige Loch gegraben! Wäre in dieses riesige Loch gegraben! Das war's nicht du, oder? Soll ich mich mit ihm anlegen? Ich meine, die Dinger sind stärker als Drachen! Höhlenbär! Nein, das ist nicht alles, was er kann! Alles? Oh! Hör mal ein bisschen! Aber so mit Lydia als... Ablenkungsmanöver sind die Bären schon gut klein zu kriegen! Herzlichen Glückwunsch, Lydia! Du hast offiziell den Status eines Ablenkungsmanövers erreicht! Aus Kiesel! Kiesel! Da bist du! Renn doch nicht weg! Was soll ich denn davon halten, hm? Ich weiß es nicht, was ich davon halten soll! Ähhh... Nein! Was? Wieso läuft Chicken denn da... Endlang? Da oben ist doch die Höhle, wo sie rein muss! Ich weiß! Aber ich hab schon mal eine Route, ne? Im Kopf! Mehr oder weniger hoffentlich! Du folgst mir noch! Und Dampf! Und weicht den Boden! Ihr entweicht auch gleich den Boden! Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen! So! Ich steig auch nicht schon wieder von Kiesel ab! Das ist ne Festung! Ich muss ungefähr dahin, wo der Punkt ist! Ich muss ungefähr dahin, wo der Punkt ist! Ob ich da jemals hinkommen werde? Wahrscheinlich nicht! Ich hätte noch höher... Ich muss höher! Höher! Da vorne! In die Mine will ich! Wenn ich sie vor lauter Wald sehen würde! Bis Lydia hier oben hin gefunden hat, vergehen auch zwölf Jahre! Giesel! Giesel! Steig hoch! Giesel! 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 Auf dem Pferd zu kämpfen ist gar nicht so einfach! Steig einfach ab! Er wollte doch nur kuscheln! Er wollte doch nur kuscheln! Ja! Ich wollte auch so vieles! Was kriege ich? Verachtung! Von allen möglichen Individuen! Von allen möglichen Individuen!